Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Let's Play von Final Fantasy 7. Das ist die fünfte Episode. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten. Und gleich vorneweg, ich habe mich dazu entschieden, jede Nebenmission im Let's Play natürlich zu zeigen. Was wäre es für ein Let's Play, wenn ich nur die Hauptmission zeige? Wer also nur Bock auf die Hauptmission hat, der zappt einfach eine Folge weiter. Ich kann natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen, ob die nächste Folge schon eine Hauptmission ist, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was mich noch erwartet. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn ihr Bock habt, euch alles reinzuziehen, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ihr könnt in den Kommentaren natürlich gerne mal eure Meinung dazu sagen, auch wenn ich das definitiv so umsetzen werde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Let's Play. Das ist jetzt schon mal ein Daumen hoch für dieses Let's Play-Abo, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen, ich starte mal mit der nächsten Nebenmission und schaue mal, was ich noch so zu tun habe. Die einzige Nebenmission, wo ich mir vorstellen könnte, die ich vielleicht nicht komplett beende, ist die Nebenmission mit den Katzen. Wer weiß, wie lange man da sucht. Es gibt, glaube ich, drei Katzen hier zu suchen, beziehungsweise zu finden. Ich habe erst eine gefunden. Die ist dann aber abgehauen. Willkommen! Oh, ein neues Gesicht! Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut. Du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Dem habe ich das schon mal gesprochen. Meine Stammzulferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. What else? Ich übernehme das. Besten Dank, Mann! Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Nargin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten. Die Sache drängt, okay? Okay. Kann sein, dass ich das gar nicht weitergemacht habe. Kleiner Tipp für alle Hardcore-Fans der ersten Stunde des Spiels. Es gibt natürlich neue Substanz, die es im Original nicht gab. Und ich würde jedem raten, so ein bisschen von Chetley heißt der kleine, glaube ich. Der hat uns die Analyse-Substanz gegeben. Und ich habe nämlich gerade festgestellt, man sieht vorab schon in dem Kampfbericht, den wir hier haben, 0 von 1 steht da. Wenn wir das vervollständigen, sehen wir unten rechts schon quasi hier. Ach, ich kann keinen Kürzer bewegen. Welche Substanz wir da rausbekommen, wenn wir jetzt eine zweite Analyse bei einem Gegner machen? Auto Vita wäre quasi die nächste Substanz. Also, ich rate jedem, die Nebenmissionen zu machen. Natürlich wird man dadurch stärker, pusht seine Substanzen. Die werden dann auch noch stärker. Das kann ich mal ganz kurz noch zeigen. Wenn ich jetzt hier auf Materia gehe, seht ihr hier oben bei Glut drei Sterne. Die ist auf Stufe 1. Und dann seht ihr rechts daneben die FP, wahrscheinlich die Erfahrungswerte der Substanz. Die ist auf 184 von 300. Wenn wir die auf 300 gepusht haben, haben wir Stufe 2 erreicht und bekommen dann Feurer. Quasi die nächste höhere Stufe der Feuermaterie. Also nutzt jeden Kampf. Levelt euch hoch. Nur so einfacher sind zukünftige Fights. Kann ich jedem nur empfehlen. Natürlich kann es sein, dass ich hier und da mal ein bisschen meine Charaktere pushe. Das schneide ich dann eventuell raus, wenn es immer ein und dieselben Kämpfe sind. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid. Und ich würde sagen, ich muss hier hin, oder? Kann ich hier? Stopp, das habe ich jetzt gedrückt. Ich will mal noch wissen, ob ich mir hier einen Merker hinsetzen kann. Wie so eine Art... Router. Ne, hier hin. Stopp. Ich bin mit der Steuerung noch nicht hundertprozentig. Hat er das jetzt gerafft? Keine Ahnung. Egal, wir gehen jetzt einfach hier lang. Oder laufe ich jetzt hier richtig? Ja, einfach geradeaus. Moment, das stört mich jetzt. Das heißt, ich kann hier eine Route aktivieren. Also will ich hier auch eine Route machen. Auftragspriorisierung. Und Router. Es erscheint keine Route. Wie auch immer. War das nicht gerade ein Mountain? Es klang ziemlich nah. Auf der Platte gibt es garantiert auch Monster. Hier ist gesperrt. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist sehr tiefer. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Na logo. Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen. An zwei Stellen. Merzt sie aus, okay? Wenn jemand von euch Ahnung hat, wie man den Merker so setzt, dass man eine vernünftige Route angezeigt bekommt, sagt mir gerne Bescheid. Die Schimmer haben zwei Stellen in den hinteren Lagerhallen gesichtet. Lasst keine leben. Naja, ich wollte die Tür öffnen und nicht mit dir reden. So, jetzt muss ich daran denken, noch ein zweites Mal die Analyse zu starten. Oh, da liegt noch eine Materia. Ich komme mich von hier aus wahrscheinlich nicht ran, nehme ich mal an. Nö. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Fertigkeit, Analyse, zack. Okay, jetzt haben wir die zweite Analyse. Allesfresser. Wirksam ist Frost. Alles andere interessiert eigentlich nicht. Ach, hier sieht man noch Siegesprämie, die FP quasi. Das mittlerste. Sieht man das jetzt überhaupt über den Gil? Ne, das kann man gar nicht sehen. Ich muss mal kurz wegmachen. Die FP, da sehen wir, wie viel wir nach dem Kampf von so einem Monster bekommen. Für die Materia zum Beispiel. Da kann man nämlich sich schön hochpushen und seine Substanzen ein bisschen pushen. Haben wir hier noch einen? Ein Freund in der Mord. Jo. Ne, 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 ne. Da wollen wir noch nicht hin. Das ist nämlich eine Nebenmission. Aber ich bin ja hier noch auf einer Mission. Jetzt hätte ich die fast abgebrochen. Jetzt müsste ich quasi das Auto Vita bekommen. Mal sehen, ob sich das jetzt hier vervollständigt hat. Genau, jetzt ist ein Haken dran. Und jetzt kriegen wir dann, wenn wir das abgegeben haben, die neue Materia Auto Vita. Ja, ich nehme mal an, die funktioniert so, wenn wir einen bestimmten Lebenspunktewert unterschritten haben. Dann heilt er sich automatisch. Moment, hier ist doch bestimmt irgendwo. Ach, hier. Na, da kann man sich wahrscheinlich auch schnell verlaufen, wie es aussieht. Ich glaube, wir kommen zu der Substanzen. Was natürlich auf der Stufe einfach der Nachteil ist, man kommt kaum dazu, mal seine Limit Breaks einzusetzen. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, ich habe das bewusst auf Stufe einfach gestellt, damit diese Let's Plays sich nicht so ewig lang ziehen. Weil die Kämpfe sich deutlich länger ziehen. Gerade so die End-Boss-Fights, die sind sehr, sehr heftig. Moment, jetzt wollen wir auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir doch gleich mal noch eine zweite Analyse. Kann ja nicht schaden. Statistik besiegt, analysiert. Okay, null, ist klar. Was ist das für ein Zauber? Den kenne ich noch nicht. Ups. Ach, das ist Ero, alles klar. Naja, da ist Magie am besten. Auftragsziel besiegt. Heißt aber nicht, dass ich schon alle besiegt habe. Verschlossen. Okay. Sieht auch alles gleich aus. Hier kann man sich echt schnell verlaufen. Aber das Gute ist, man sieht ja grau, dass ich hier noch nicht war. Und hier rechts daneben auch noch nicht. Achso, das ist der Raum. Genau, das ist der, wo ich nicht reinkomme. So, jetzt müssen wir mal... Na, greif zu. Ach, die Sequenz hätten sie sich aussparen können, dieses Dreieck gedrückt halten. Ja, ich will den Hebel ziehen. 30 Sekunden lang. Okay. Ach, das war's schon. Jetzt gehe ich aber noch nicht zurück, weil... Wir haben doch hier diese Substanz gefunden. Oder gesehen. Die möchte ich irgendwie mal gucken, wie ich da ankomme. Beruhigungsmittel. In der Hand. Hm. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Karte erst später bekomme. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hergekommen bin. Fuck. Nee, komm, wir gehen mal hier lang. Ach, da hinten sind noch welche. Jeder kann schon mitgenommen. Warte mal, ich weg. Achso, ich will drüber noch ein bisschen mehr mit Tiefer kämpfen. Ach, die halten überhaupt nichts aus, die Viecher. Das hat super funktioniert. Das hat ja auch geil funktioniert. Okay. Ich komme doch da lang. Moment, zurück. Das wollen wir jetzt genauer wissen. Da lang. Nach links. Guck mal hier raus. Hier raus. Zack. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich jetzt hier nach rechts, den Bogen laufen. Oder war das der Punkt, wo ich nicht weiterkomme? Ach nee, ich habe mich nicht langgegangen. Ich würde gerade sagen. Na, komm hoch. Na, dann. Ah, gut, alles klar. Ich wollte gerade sagen, das Tor kann ich öffnen. Na, da haben wir es doch geschafft. Sehr schön. Oh, nochmal Feuer. Na ja, gut. Ganzen Weg zurücklaufen. Hier war ich auch noch nicht, oder? Öp, das ist doch. So, kleine Fische. Leichter Hals. Es ist aus. Es ist heiß. Tschüss. Tschüss. Einer lebt noch. Das war abzusehen. Na, da laufe ich doch richtig. Ich denke, jetzt habe ich auch alle Gegner geplättet. Hopp, wir müssen mal lang. Ich zähle auf euch. Ich bin schon fertig, meiner. Aber egal. Nee, falsche Richtung. Äh? Guck. Guck. Einmauzen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Katze gehört. Alter. Hat der gerade echt gesagt, ob ich einen aufs Maul will? Du Lappen. Nee, das macht keinen Sinn. Zurück. Ich muss mal hier mein Streaming Light ausmachen. Ansonsten blendet das hier nämlich schweig. Ach, da ist er doch. Nee, du rennst noch mal weg. Rennst sie wieder weg? Ach, komm schon. Verschwundene Freunde. Okay, also die ist ja augenscheinlich jetzt tatsächlich hier lang. Ja, ich will ein paar aufs Maul. Los, lauf mir hinterher, mein Freund. Stehst du natürlich hier. Egal. Wir sprechen die mal an. Das ist doch die... Na gut, das wissen wir mittlerweile. Ich glaube, wir wollen erst mal den einen Job abgeben. Schade, diese Schnellreise nach der Mission wäre halt geil, wenn man die auch manuell nochmal anwählen könnte. Das würde ich ganz cool finden. Und wir haben diese fiesen Ratten auch gut gesteckt. Ihr habt die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Danke, meine Schreise. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also, hau rein, Mann. Hau rein. Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt gelaufen? So, jetzt gehen wir erst mal zu... Wie hieß der kleine Chat? Nee, war der das? Nee, das waren verschwindene Freunde. Der war's. Okay. Hallo, Cloud. Grüß dich. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligt machst, macht Chatlay Fortschritte bei der Materia-Entwicklung und du kannst neuartige Materia erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man durch die Sonderaufträge bestimmt auf Monster trifft, die man sonst so nicht findet. Bei Chatlay kannst du für einen geringen Betrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du erhältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte zurück und kannst deine Waffe nach noch einmal von vorne verstärken. Das ist natürlich geil. Denke daran, dass es keinen Grund gibt. Galt sich zu sein, setze für jede deiner Waffen so viele Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung stehen. Das macht natürlich Sinn. Autovita sind gefährdet in Bedrängnis, wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl wieder angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP zur Verfügung hat oder der Spieler den Charakter aktiv steuert. Also ich bin ganz ehrlich, ich werde sie mir jetzt nicht kaufen. Ich habe sie freigeschaltet, weil die anderen Materia-Plätze sind viel zu wichtig. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Sicherlich sehr effektiv, wenn man es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zackt. Sicher, sicher. Kampfbericht wohl aktualisiert. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was? Naja, bis jetzt war es jetzt nicht so schwer. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wende Spezialfertigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an und lade insgesamt 10 mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Ja gut, das fühlt sich von alleine, da muss man nicht drauf geiern. 15 Arten von Gegnern im Schockzustand versetzt. Auch überhaupt kein Problem. ATB-Boost. Erstschlag. Erstschlag klingt so unnütze, weil das Kampfsystem ja völlig anders ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier, da, tiefer können wir noch was Neues reinhauen. MP-Maximum, TP-Maximum, machen wir hoch. Ist klar. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, das waren die Katzen. Besuch auf dem Friedhof. Da gehen wir auch mal hin. Ich kann mir vorstellen, dass das ein stärkere Gegner jetzt kommt. Hey, Tifa, hör dir das mal an. Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? Dann musst du uns unbedingt helfen. Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern. Zeig mal her. Okay. Kann ich hier lang. Hey, Alleskönner. Bist ich mal einer. So, jetzt muss ich nochmal. Sorry, dass ich ja aber ständig auf diese Karte gucken muss, aber manchmal ist es halt doof. Okay, alles klar. Das ist der Weg zum siebten Himmel. Ich glaube es nicht. Ich dachte jetzt echt, Schlüssel der Bürgerwehr. Oh, da haben wir ihn. Also Leute, ich habe den Schlüssel gefunden. Nach ewigem suchen. Direkt hier, wo die grüne Substanz ist. An diesem versperrten Pfosten. Ich kann gerne hier nochmal die Karte aufmachen. In diesem Bereich ist der Schlüssel. Jetzt können wir die Tür öffnen. Es kann sein, dass ich hier und da einfach mal ein paar Kämpfe rausschneide, damit das Let's Play einfach wirklich nicht so lang wird. Man muss ja nicht jeden Kampf zeigen. Nein, ich will Feuer machen. So, da kommen noch ein paar Rappen dazu. Also, das war es schon. Also habe ich es doch richtig gelesen. Ich war ja schon in der richtigen Halle. Sehr schön, der nächste Gegner kommt. Oh, da ist er noch schön. Stopp, falsch, 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 falsch. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun auch eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feuer und Feuer sind beispielsweise verstärkte Formen der Magiefeuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Das ist natürlich auch klar. Was steht dann noch während des Kampfes? Kannst du die Stufe einer Magie... Ah, alles klar. Auch interessant. Ach, Feuer habe ich auch schon. Hab ich ihn überhaupt getroffen? Gegner, wo bist du? Da oben. Eisra, okay. So, jetzt machen wir noch eine Analyse. Wirksam, Aero habe ich noch nicht. Schweigen, ob ich den noch getroffen habe. Okay, jetzt können wir wieder die Schnellreise machen. Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschneuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. Ah ja, klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Alles klar. Wir sehen uns, meine Maus. Ausrüstung. Cloud. So, ich denke das war. Achso, ich hätte jetzt gedacht, das war ein Accessoire. Sternenreif ist schlechter als der Eisenreif. Deutlich schlechter. Hat aber zwei Slots. Dann bleibe ich trotzdem beim Eisenhof. Okay. Wir haben, glaube ich, noch eine Nebenmission. Ach, das sind die Katzen. Okay, dann mache ich mich halt mal auf die Suche nach den Katzen. Das könnte sein, dass es dann das mit den Nebenmissionen war. Und dann kann ich mich wohl wieder der Hauptmission widmen. Ich kann jetzt eigentlich nur hier rumlaufen. Und darauf achten, dass ich irgendwo eine Katze höre. Moment, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier unten. Wunder, toll. 20.000 Katzen hier. Aber keine, die ich suche. Geil. So, warte mal. Kann ich das jetzt taktisch einfach mal so ein bisschen hier ablaufen? Hier kann ich nicht lang. Ja, ja. Was hat denn das hier? Ach, das hier wird irgendwann noch ein Zugang geöffnet, wie es aussieht. Okay. Einmal Chachunan. Oh, hat sie erwähnt. Interessant. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt hier einmal rundherum. Und dann suchen wir die Mitte einfach ab. Die Monatszahlen der erliebten Bestien sind draußen. Wie viel habe ich schon? Die neuesten Zahlen für die erliebten Bestien. Die sagt ja auch, dass so eine Katze sich gerne mal am Slum-Eingang auffällt. Hier natürlich auch nicht. Das ist keine Katze. Das ist ein großer Hund. Schön. Das sind drei Katzen. Ich habe noch nicht eine gefunden. Und jedenfalls rennen sie alle weg. Oder die, die wegrennt, ist jeweils immer eine andere Katze. Und mir fehlt nur noch eine. Das kann natürlich auch sein. Was bist du für einer? Diese Katzenbande. Die hat mein Brot aufgefressen und sich dann dort drin versteckt. Könntet ihr diese frechen Fellnasen einfangen? Seh, schau, dafür bin ich hier. Naja, da kommen wir doch voran. Sehr schön. Gut, das sind aber mehr als nur. So, es wäre schön, wenn du jetzt bitte einfach mal nicht wegrennst. Zum dritten Mal. Meister. Ist das gar nicht? Ja, sagt es auch noch. Ja, komm. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt als abgeschlossen gilt. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Das sind sie doch. Das sind sie doch. Alle drei zusammen. Ich bin vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke. Jungfondkuss. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruhe dich etwas aus. Die Regeln der Slums. Und zwar deren erste. Genau. Los, gehen wir. Was ist das denn? Also ich betone gerne nochmal, wenn wir die Nebenmission jetzt nicht gemacht hätten, dann hätten wir die Hauptmission weiterverfolgt, hätten wir diese Nebenmission, die ich jetzt hier so alle noch erledigt habe, in der und in der letzten Folge, hätten nicht mehr machen können. Deswegen rate ich jedem, bleibt da dran. Macht die. Ihr seid umso stärker. Das kann sich nur lohnen. So, dann gucken wir mal, ob jetzt hier noch irgendwas Besonderes passiert. Ansonsten sind wir, ich gehe mal fest davon aus, schon am Ende dieser Folge. Ich schaue aber erstmal, was hier noch Schönes passiert. Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich habe sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ist das der Auftrag? Das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Einen Moment zu zweit. Und gehen wir mal hoch. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Na ja, wenn er sich gleich ausruht, wird er bestimmt noch mal ein Flashback kriegen. Könnte ich mir vorstellen. So, wo ist denn hier? Der Filter-Austausch-Gedöns. Hey, ich denke, ich soll euch einen Filter austauschen. Macht Achter, alles klar. Mal am Maschbecken. So. Nebenstory, eine Momente. Anklopfen ist nicht? Okay. Warte kurz. Ich beeile mich damit. Komm, ich helfe dir meine. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Helden-Taten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur. Also. Du willst... wohl nicht drüber reden. Oh. Hm. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Hm. Verstehe ich. Hm. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du... So Sachen? So Sachen. Nicht wirklich. Aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Ich hätte da eine Idee. Was Exotisches. Was Exotisches. Was? Was? Echt? Aber... Ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht male petzen. Okay? Das ist aber auch... Es sieht echt scharf aus. Muss man ja einfach mal sagen. Also ich gehe jetzt mal fest davon aus, wenn wir diese Nebenmission jetzt hier nicht getätigt hätten, wäre diese Unterhaltung nie passiert. Also es lohnt sich definitiv, da dranbleiben. Gehen wir davon aus, dass er vorne mal pennen sollte? Oder? Nee. Ach, muss wahrscheinlich sparen. Maler, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Mondsicheltalisman. Na, das ist jetzt aber das erste Accessoire. Meine Fresse. So. Was haben wir hier? Ein Amulett, in dem die Hoffnung so hell wie der Mond am Nachtfilm... Na, das wollte ich eigentlich nicht wissen. Ich wollte wissen, was der bewirkt. Das ist ja gar nichts. Ja komm, egal. Irgendeinen Effekt wird es schon haben. Auch wenn ich es hier wähle, das Accessoire. Moment, wir machen das nochmal ab. Da unten an den Statuswerten irgendwas auch nicht. Egal. Aber komm mal. Fertigkeit Schwertsturm. Gut, also ich gehe fest davon aus, dass wir mit allem durch sind und die nächste Folge dann wieder eine Hauptstory-Mission sein wird. Lauf mal bis zum siebten Himmel. Dann machen wir einen Save. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit sicherlich einer Hauptmission, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Ich schneide hier und da sicherlich noch ein paar Kämpfe raus, die das Let's Play dann nicht allzu lange erscheinen lassen. 50 Minuten wäre doch ein bisschen heftig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Schaltet beim nächsten Let's Play ein. Lasst diesem auf jeden Fall noch einen Daumen, da ein Abo, wenn ihr neu seid und kein Let's Play verfolgen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.